Vom Gassiker Linz Passau-Budweis nun zu einem anderen Gassiker, allerdings am grünen Rasen. Eine Saison lang mussten die Fans auf dieses Derby verzichten, denn der FC Blauweiß Linz kam erst mit einem Jahr Verspätung in die Regionalliga Mitte, wo bereits seit einem Jahr der Askü Donau Linz etabliert ist. Im Linzer Donauparkstadion kam es vor 1.900 Fans, also zum erneuten Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften. Nun, es ging auch ein bisschen um die Vormachtstellung hinter dem Lask, also die Nummer 2 in Linz zu sein. Donau Linz ganz in Weiß von links nach rechts versteckt sich keineswegs und kommt auch zur 1. Gelegenheit in diesem Derby. Rubek Havel übernimmt direkt, trifft aber nur das Außennetz. Die Antwort der Blauweißen gestaltet sich als äußerst gefährlich. Torjäger Huemer vom Freund und Feind im Stich gelassen und Sauer streckt seine Fühle aus und bewahrt seine Elf vor einem frühen Rückstand. Donau hält dagegen. Immer wieder weite Passes in die Tiefe, die die Hausherren ins Schwitzen bringen, aber bisher springt nichts Zielbares dabei heraus. Traumhaftes Fußballwetter im Donauparkstadion. Wallmüller, wie der Huemer mit dem Bauer viel Mühe hat. Peric völlig frei und da war es wohl schwieriger, den Ball übers als ins Tor zu schießen. Weiter geht es mit der Myrne-Gelf in einer sehr attraktiven Regionalliga-Partie. Zuckerpass auf Havel, aber auch er verzieht. Freistoß auf der anderen Seite, Wilflingsleder auf Burgstahler, doch das Leder landet genau in den Händen von Torhüter Sauer. Das selbe Spiel nochmal, Freistoß, Huemer mit dem Kopf und in diesem Fall rettet der Querbalken für die Kleinmünchner. Die Hausherren vor allem bei Standardsituationen gefährlich. Wieder ein Kopfball, wieder Latte, Peric, Sauer, schön langsam war es für die Kenzi-Truppe zum Verzweifeln. Duru aus dem Hinterhalt macht es auch nicht besser. Die Myrne-Gelf spürt den Druck der blau-weißen Angriffswelle. Gardaskewitsch schickt Jürgen Aschauer, ehemals bei Batschalobach tätig. Aschauer, der Ball wird lang und länger und dann ist er drin. 1 zu 0 für den FC Blau-Weiß-Lenz in der 41. Spielminute. Riesenbegeisterung und Erleichterung bei den Gastgebern. Die Führung zu diesem Zeitpunkt bereits durchaus verdient. Letzte Szene vor der Pause, höhere Zeder, aber Andi Hüttner spielt weiterhin in Hochform. Halbzeitstand, Blau-Weiß 1, Donau 0. Jetzt suchen die Gastgeber eine frühe Entscheidung. Aschauer reagiert schnell als Bauer und Hauser und schon ist es passiert. 52. Spielminute, der FC Blau-Weiß-Lenz führt mit 2 zu 0. Aber die Donauabwehr sieht hier gar nicht gut aus. Bauer und Hauser ziehen gegen Aschauer den Kürzeren. Die Kleinmünchner nun entnervt. Bestes Beispiel, ein Tritt von Paulin gegen Lechfellner. Und diese Dummheit wird zu Recht mit dem roten Plakat bestraft. Paulin darf duschen gehen. War die rote Karte Ihrer Meinung nach gerechtfertigt? Ja. Ja, das war sicher verdient. Ich meine, der schlagt nach. War schon alles erledigt und der haut noch hin. Muss nicht sein. Das einen leid, das anderen freut. Trotzdem wehren sich die Gäste gegen die drohende Niederlage. Der eingewechselte Zahndl, aber wieder bleibt Hüttners Sieg ab. Sehenswert dann noch ein Gusto-Stückerl. Aber es bleibt beim 2 zu 0 für den FC Blau-Weiß-Lenz. In der Anfangsphase hat Donau recht gut mitgehalten. Was war der Knackpunkt dann in dieser Partie? Ich glaube, die ersten 20 Minuten haben wir ganz gut mitspielt. Dann haben wir zwei Eigenfehler nicht aufgepasst aus einer harmlosen Situation und waren auf einmal 1 zu 0 hinten. Aber letztendlich, ab der 20, 25 Minute, war Blau-Weiß besser als wir. Sie waren sehr gefährlich bei Standardsituationen und haben letztendlich verdient gewonnen. Wo war heute der Unterschied zwischen Blau-Weiß-Lenz und Donau? Ich glaube, dass wir hinten ganz gut gestanden sind, dass wir wenig Chancen zulassen haben. Und wir haben schon einige Chancen gehabt. Die erste Halbzeit ein paar Mal auf den Laden und die Kopfbälle waren alle gefährlich. Und die zweite war auch noch. Das war der Unterschied eigentlich.